Da ist er. Aber ja, so wie es aussieht, können wir jede Kreatur nur einmalig anwerben. Und wenn sie da tot ist, ist sie tot. Der Zyklop ist übrigens das stärkste. Aber ja, damit können wir dann die Zerbieten-Quest abschließen. Okay. Ich speichere hier Sicherheitshalber mal drüber. Jetzt will die zwei Kämpfe nicht nochmal machen. Na, habt ihr... Der kann... Sehr gut. Okay, welches Level haben die? Zweiundvierzig. Ja, das geht. Gladiatoren! Lasst den Kampf beginnen! Auf meinem Befehl! Vorwärts! Für die Freiheit! Wie sind die Freiheit? Ja. Was für die Freiheit! Ja. 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 Te Dame. Wen steckt er gerade? Den Greifenreiter, ok. Okay, da kommen gleich... Äh, drei sind nicht so toll. Kämpft! Ja, vier zieh dich zurück. Ja, vier zieh dich zurück. So, noch komme ich mit Selbstheilung ziemlich gut durch. Also ohne die Obstkörbe meine ich. Bereit, mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Auf mein Zeichen! Ich muss mich mal in Irrfet hauen. Okay, einer ist da und das macht das Ganze schon mal leichter. Auf mein Zeichen! Auf mein Zeichen! Gut. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Was kommt als nächstes? Oh, die Jungs und auch gleich mal wieder... ...sechs. Gut, was geben wir diesmal? Eine Hexe, ne? Eine Blutwespe? Bernsteinhelm? Gold. Diesmal nicht so viele Erfahrungspunkte. Achso, der Hexe ist auch immer noch schwächer als unserer, gut. Dann mal kurz gucken, was haben wir hier hinten gekriegt? Ah, Blutwespe ist so ein Ding. Der Bernsteinhelm. Und irgendwer meinte, ich sollte... ...ja, statt dem Intelligenzring den Drachenring nehmen. ...war es glaube ich. Wobei der Ring besser ist. Haben wir noch Teile aus Eryons Wissen? Das habe ich glaube ich schon mal geguckt. ...gehabt und nichts gefunden. Tiaras Kraft, göttliche Runen. Naja, habe ich leider nichts. Da muss es der Ring tun. Habe ich sonst was Tolles, was ich den Jungs geben kann? Ne, die ist besser als so, äh, die Achse ist besser als die Schwerter. Und Zedernschild ist auch das Beste, was wir dem gerade verpassen können. Ja genau, Eichenholzquallen. Und die Hammer sind schlechter. Ne, da können wir ihr nichts besseres geben. Hm, die zerbieten Armbus. Sieht cool aus. Rüstungsmäßig... Ja, können wir dir nichts besseres geben. Helmmäßig glaube ich auch nicht. Nein. Ja, haben wir gerade schon den Ring gegeben. Und ihm können wir glaube ich auch nichts besseres geben. Ne, ich glaube die Goldseitenruppe ist das Beste, aber ne, dir können wir keine geben. Schade. Gut. Äh, ich speichere die behalb nochmal gleich. So. Und dann versuchen wir noch den nächsten Kampf. Na, habt ihr euch entschieden? Der Kampf... Sehr gut. Sind das Level 50er, wie ich es denke? Okay nein, sie sind 45. Auf mein Kommando. Und los! Folgt mir! Gladiatoren! Vorwärts! Lasst den Kampf beginnen! Sofort! Zum Angriff! Okay, einzelne Erbauer sind... Nichts hat er nicht stark. Achtung! Vorsicht! Das ist die Frage, ob die fremden Geists hier... Da schlimmer sind. Auf mein Zeichen. Sofort! Bis jetzt eher nicht, weil alles von mir abprallt. Oh, das war ein Baderentzug. Also der Kampf wiederum ist jetzt easy. Vorsicht! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Zeit zu sterben! Ja. Bereits mir nach. Folgt mir für die Freiheit! So, der letzte noch. Da können wir ruhig mal Waffen, da geht das schneller down. Bereits! Und los! So. Das war die erste Kämpfe. Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger! So. 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 So.